Ich bin froh, dass wir wieder wegfahren. Wir kommen wieder. Zwei erledigt, bleiben noch sieben. Michael, das wäre mir lieber, wenn Sie mich nächstes Mal auf einem Parkplatz abstellen würden. Die Leute, mit denen man hier in Berührung kommt, sind doch sehr merkwürdig. Die Leute, mit denen man hier in Berührung kommt. Die Leute, mit denen man hier in Berührung kommt. Die Leute, mit denen man hier in Berührung kommt. Die nächste Adresse wird Ihnen bestimmt gefallen, Michael Murials Herrenausstatter. Schlimmer als die ersten kann es nicht werden. Da habe ich vor tauben Ohren gepredigt, Kit. Die fanden Sie schwierig? Muriel ist seit 52 Jahren in der Modeindustrie, 1909 in Brooklyn geboren. 09? Vielleicht hat sie dann die Brooklyn Dodgers noch spielen sehen. Michael, eine der von uns gespeicherten Autonummern wurde gerade im Polizeifunk erwähnt. Der Zusammenstoß mit einem Zug, drei Meilen nördlich von hier. Ich fürchte, es ist Tom O'Malley. Der Zeuge hat einen zweiten Wagen Richtung Westen wegfahren sehen. Einen roten Custom Sedan. Wenn man vom Teufel spricht, schnappen wir ihn, bevor er noch mehr Unfälle verursacht. Das wird schwer sein, Michael. Wir müssen eine Route planen, die den Gegenverkehr umgeht. Red nicht lange, sondern tu es. Hast du Daten über ihn, Kumpel? Ich fürchte, nein. Der Kontakt war zu kurz. Da ist er, Michael. An der nächsten Ecke kriegen wir ihn. Hallo, haben Sie es eilig? Jetzt nicht mehr. Ich fahre ihn selbst durch. Das ist gegen die Vorschrift. Danke. Benutzen Sie ruhig so viel Seife, wie Sie wollen. Wie konnten wir ihn verlieren? Nach meiner Berechnung hätten wir ihn genau an dieser Ecke treffen müssen. Hier kommt Knight Rider. Ein Auto. Ein Auto.